Hallo liebe Freunde, ich glaube ich bin glücklicher als ihr, dass ich hier mal wieder stehen darf. Aber bei so einem Empfang, dann weiß ich ja fest, dass es gelohnt hat. Also ich will euch mal kurz eine kleine Programmvorschau geben, obwohl, verlasst euch da nicht drauf. Ich spiele jetzt erstmal so ein halbes Stündchen und dann kommt Lisa und wie es dann weitergeht, das machen wir alle beide zusammen, mit Publikum und wir. Ich liebe euch. Oh, es geht nicht. Oh, es geht nicht. Oh, es geht nicht. Oh, es geht nicht. Es geht nicht. Hey, shh, shh. Hallo. Oh. Danke. Oh, ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020